Hallo liebe Galeria Family, jetzt ist ja endlich der Sommer eingebrochen und ich bin kein Fan von Flip Flops. Deswegen zeige ich euch heute ein paar alternative Flip Flops, aber das ist noch nicht alles, denn wir befinden uns im großen Sommer Sale bei Galeria und ihr kriegt jetzt auch noch 30% extra auf bereits reduzierte Schuhe. Zu allererst diese coole Pantolette, die finde ich super cool, weil die hat ein so weiches Fußbett. Kann ich nur empfehlen, aber haben wir nicht nur in schwarz, sondern auch noch in farbig für den Sommer. Neben Casual haben wir aber auch Statement Pantoletten. Und für alle, die auch im Sommer nicht auf ihren Absatz verzichten wollen, haben wir auch die hier. Die finde ich auch super schön. Ihr bekommt schnell heiße Füße, mögt aber auf gar keinen Fall irgendwelche offenen Schuhe. Dann würde ich sagen, sind Toms das Richtige für euch. Für einen entspannten, aber dennoch schicken Office Look würde ich sagen, sind die hier perfekt. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, der Ballerina ist zurück und darf natürlich bei unserer Auflistung hier auf gar keinen Fall fehlen. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was dein Must-Have-Sommerschuh ist.